Ja, Halli und Hallöchen meine lieben Freunde und damit darf ich euch heute zu der anderen Folge von Let's Play Super Smash Bros. Brought Together, Bitches Die war zum zweiten Aufnehmen, weil Patrick den Ende verkackt hat Oh, du Arsch, ich hab gesagt, das sollst du nicht sagen Ja, Steam-Vorschau-OP Oh, fuck you, es ist alles OBS-Schuld, es ist nicht meine Schuld Keine Knopf zu drücken Hey, guck mal, das kenn ich schon, und du? Na, deine Fresse Ich kenn's sowieso schon, weil ich das Spiel schon zweimal durchgezockt hab Ja, ich hab auch, drei mal Wer ist denn eben bei Pudding, Hochprofessionell? Om, nom, nom Eine Implosion Ist das keine Explosion? Nein, ist eine Implosion, sie zieht alles rein Oh, sugoi Die Implosion ist richtig ähnlich Warum? Egal Macht Das ist Bart Simpson Macht Simpson Aber guck mal, da siehst du Das ist die Aufnahme, die wir gerade produziert Oh Können wir das sogar Ich hasse dich so sehr Manchmal Schon Ich hab Weißt du, ich hab einfach so viele Kabel liegen Das Nee Oh Guck mal, oh, sugoi Sugoi, sugoi Ja da, sugoi, ja da Renn Du kannst rennen, aber verstärken kannst du dich nicht Bam Sugoi Sterbe 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 Ich hab mit dem Lied, es wird dir tut, es tut, es getötet Nee Beam Beam Oh, geht fucks an Ich schnüffel schon wieder an deinem Arsch Deja vu Hä, warum hast du jetzt das, äh, Dingsbums, Läser Ich hab gar kein Läser Schwer, das stimmt du gar nicht Wie laut NIE Aber ich hätte das davor, warum hattest du das plötzlich Oh, du schwein, du pustest uns nicht weg Du Pia, du Oh mein Gott, ich hab fucking Angst, dass ich das gesagt habe Oh, ich miss, oh, jetzt habe ich es Es bleibt aber unten, Alter Oh mein Gott Du bist ein bisschen weit hinten, aber da sind wir, lassen wir nicht rennen, weil da ist noch Naja, stimmt Ich erinnere mich Oh, guck mal, ein Hartzcontainer Ich hasse dich Da geht 100% Ich hasse Schnüffel Ho, 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 wir wissen, dass ihr lustig seid Tschüss Wo geht's, wo geht's hier hin? Ach, ich bin greift hier Männische Hölle, bin ich gestorben Nun ja, du bist in den Du kannst doch so ein bisschen Spaß beim Anstieg, wenn man zu weit vom Bildschirm weg geht Eigentlich ja nicht Doch Und einfach zurücktippet Nein So lange es nicht zu lange dauert Und wenn du alleine bist, geht es Okay, wenn du alleine bist, dann spiel das Spiel auch mal Mann, du hast die Laserpistole Ich will aber Willst du sie haben? Bitteschön Heb sie auf, Hund Dann nicht Warum kämpfst du eigentlich immer? Nur Zeitverschwendung Ja, das stimmt, wenn man zum zweiten Mal aufnehmen muss Dich so aufzuspielen Wer? Die Dinger hier Ich bin toll Und ich bin groß Und hast Aids Nee Das ist mal so richtig Das war voll die Headland, ne? Was bewirkt eigentlich der komische Dingsbums Schalter, den ich gerade betätigt habe? Warte mal Erik hat Speis mit dem Feuer Warte voll, voll Warte voll, voll Ich kümmere mich wieder um Rrrr und du um den Ich habe eine Blume da an der Feuerblume, lass mich den machen What the fuck Patrick Das war ich nicht du, das war der Rrrr Oh, die ist leer, verdammt Wie warf ich sie weg? Warte, wie warf ich das Zeug weg? Bei mir ist die Taste Oh, jetzt habe ich nen Fächer Oh, du weißt noch, wie OP der Fächer immer war War? Ist Ja, ich krieg Toll Po-Schnüffeln Warum mache ich das eigentlich immer? Sag mir, komm, mein Fetis Das war wie man braucht nicht für deinen Pudding Ich habe meinen Schluss, seit Ich kann nicht echt nimmeln mit dem Token Nimmst du wieder, äh, nimmst du Meta Knight? Ja, natürlich Kannst du ruhig wieder sagen Es demütigt mich aber Ich will nicht Let's go, Sugoi Sugoi Das war jetzt deine Struktur Du hast jetzt Macht genommen Egal, passt schon Mach ich auch Mitten, Alter, ist geiler So geil Alter, meiner Meinung nach Damals Was? Damals, vor 200 Jahren Das Spiel ist eigentlich schon so alt, aber ist trotzdem noch so awesome Und auch die Grafik ist relativ in Ordnung vor, die Verhältnisse, muss man eigentlich sagen Oder? Ja, das ist schon okay Ich meine, das Spiel, wann ist es rausgekommen? 2008? Oder 10? Gott, wir werden alt Fächer OP Erik, wir werden alt, wa? Ja, ne? Das merkst du dann, wenn du die Kids React to Technology anguckst, wie alt du bist Dann Dann fühlst du dich wie Wie ein alter Opa Oder keine Eltern Dann fühlst du dich sehr, sehr alt Mein Ernst ist auch noch nicht so, aber ich will Nee, das meinte ich jetzt nicht Verdammte Scheiße Ich konnte nichts mehr machen Ich war voll am Trug Das ist eigentlich dein Vater Äh Dein Ernst 47, das war ein Witz Okay Wow Ach doch Dann hat er dich ja Dann hat er dich ja Mit genau so vielen Jahren Bekommen wie meine Mutter mich Ja, gezeugt Er ist einfach gezeugt Meine ich ja Er muss rausziehen So, verziehen Nein, nein Nein, wenn er mich trifft, bin ich wahrscheinlich Weil Player One gestorben ist Seriously Spiel Ich hasse dieses Player One Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn jetzt irgendwie auf Player One die Kamera ist Was ist doch wohl nicht gestartet Ja, wir müssen das sowieso fertig machen, das Level Das wissen wir noch seit letztem Mal Ich meine seit Das wissen wir einfach, es gab ja gar kein letztes Mal Das weiß ich nur vom letzten Mal durchspielen Was ist denn das da oben? Nein, du hast es weggekickt Was ist weg? Quatsch Trüfe dich durch die Gegend kicken Tschüss Alter, guck mal Huihihi Ich schlage ihn nach oben Das ist sehr schön Das war sehr intelligente Was kann ich dafür, wenn die dir das vergewaltigen Tschüss Boxy Got him No, you don't Am besten wäre es, wenn nachher das komische Hurenviech kommt Kümmern wir uns zuerst um die Kleine und gehen dann auf das Hurenviech Nein Oh Rufst doch weg Arigate Holy moly Zerst um die anderen kümmern Wenn es geht What the fuck? Alles klar Kann ich viel Damage ausdaten Oh Ich darf rein nicht sterben, fährt Megamassa Aber ansonsten ist es wieder vorbei Kümmer du dich mal um den Weil du hast weniger Prozente What the fuck? Oh, war das knapp, ne? Komm, auch gleich Der hat nicht mehr viel, der hat nicht mehr viel Oh, nice Oh, nice Sorry, ich muss das schwimmen Ewig Klapp Schnüffel Niii Niii Oh, das sieht richtig pervers aus Nein So, geh Weiter No You don't You don't You don't You dare to Fuck my ass Was machst du Was machst du No Wir könnten gar nicht an uns ran gelangen Aber wir müssen ja nicht immer alle killen Das ist so nervig Extra life Da jo Ja, der kriegt einen Niii What the fuck, woher hab ich zwei Scrawlen Es fängt an zu scrawlen, mein lieber Freund Oh, was ist das? Erik, nicht sterben, bitte Heul dich nicht voll, Alter Heul dich nicht voll, Mama Nein Hilf hoch, meine Fotze Weiter Warten Oh No, 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 no Wow, Patrick What the fuck What the fuck is wrong with you Mein, vor dir, mein, vor dir Mein, vor dir Oh, noch einer bin ich weg Oh, das ist so geil Erik, vorsichtig Ich hab was gefunden Geh mal Ich los in die Richtung Das ist nachher nur schlecht für uns Es war eine super, mega Todesbombe Weißt, welche ich mein Das müsst ihr alle Hashtag Gesundheit in die Kommentare schreiben Oh mein Gott Nein Nein Fucksig Gut gemacht Nimm den Wow Diese, diese Wie viel Bit Zwei Bit Musik Nee, ist eigentlich Ach du Gut, gut Kacke Oh mein Fuckin Hau einfach um die Wildung Schön Wow Wow Es war Ja, guys, erklär, wir did it Komm scheinlich irgendwann wieder Nein Spannende Sequenz Hi Hi Kevin Ich hab's keinen Bock daran zu gehen Boah, ich weiß schon, dass es da weitergeht Ich hasse dich Ich hab so einen geile Charakter, der passt dann überhaupt nicht zu Kirby, war eigentlich Nein, gar nicht das spiel zu aus dem ich glaube ich einfach putzig und mit einer ich bin aus aber die tvs recht nie geguckt schon mal viel zu gucken die war nicht mehr so meine ich war pokémon am anfang dabei aber sagt dass jetzt könnte aber auch noch so was aber jetzt bist du wieder dabei patrick ja ich weiß nicht ob du auch kommen wir lassen jetzt durch jolo das immer kommen BAM! BAM-BAM-BAM-BAM-BAM-BAM-BAM! BAM! Halt er meiner Spaß. Blöde Homo alter. Warum lebt der noch? ich hatte das mit spiele eigentlich auch wenn ich ehrlich bin warte doch auf mich weiß ich dass wir so zehnmal so schnell das level kommen würden naja ich renne schnell genug nein hey 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 du bist einfach dringen geblieben sehr nötig warum programmiert man so was da 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 hat man da verzögelt sich der release um tag wegen sowas da jo ich könnte es da jo ich nehme ich nicht mit anhalt ich habe jetzt spielst du ich und war auf und ja wissen wir außer wenn du stirbst dann kriegst du mit anhalt krebs glaube ich wissen wir das das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht was ob man eigentlich ausspricht andersrum da ist ein kopf hat ich für mich auch nicht komm mit kleiner freund oh gott wo den weg ich mir das alte den blick schnell übrigens gibt es eine kleine blackliste in dem spiel ich weiß habe ich habe das adi gegen nämlich alle das war so awesome alter ich würde das würde noch mal machen oh well fuck oh gott bumblebee töte es nein nein feuer die haben fucking cancer feuer everything ok ich nehme das linke der bumblebee und das rechte kick es doch mal weg da warum hast du nichts mehr werft es doch bitte wir können ja fußball spielen ha 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 am besten wässer sagen im heutigen spiel nichts gegen das aus der aufnahme gegen das ausgehen vom endspiel weil die folge kommt am donnerstag so winzige beine eigentlich hat er keine feine aber ist so schnell wie die mit den großen beinen ja warte da kommt noch eine zwischensequenz oh nee jetzt kommt das da auch luigi furchtlos machtvoll und episch hi das war mal wieder ein schuss in den hofen wer kommt nicht auf solche namen kann es meiner sagen wir brauchen einen namen er ist ein könig also ich war auf den damen gehbekommen wenn er einfach genossen genießt sorry gesundheit sondern auch mal ich mache gerade acht spiel tschüss dann war es das jetzt und ja erik darf die absage machen auf wiedersehen meine lieben menschen ich wünsche euch noch einen schönen tag abend woche im monat jahr lieben tot lieben tot und ja ich hoffe es hat euch gefallen ich habe mir voll viel mühe gegeben mit zwei ersten aufnehmen und ja auf wiedersehen tschüss äh links zu allen social media seiten und zur playlist unserer ersten folge unten in der beschreibung und zu krebs da steht ganz groß krebs davor tschüss 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 Vielen Dank.